so ich weiß das ist hässlich aber das musste irgendwie provisorik sein ich fühle ihn jetzt hier mal fp3 ein und dann geht er gleich los da müsste unser freund hier gleich ein bisschen grün funkeln und dann sich zersetzen ich wünsche euch viel spaß bei meinem folgenden halloween so 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 so